Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty, das Waffenspiel. Diesmal geht das nicht direkt los, haha. Diesmal kann ich in Ruhe meine Unmod machen. Alle vom Team Peatsmeets sind dabei und alles andere ist wie immer. Ach, als ob der direkt da oben hier steht. Oh Gott! J-Hawkt! Ich bin gerade erst gespawnt, Ficker! Ich spawne in eurem Sichtfeld? Ja, ich auch. Also wir sind gleichzeitig gespawnt. Wollte ich gerade sagen, ich bin auch mit Peter gleichzeitig gespawnt. Das ist ja ein bisschen doof hier. Nee, nee, nee. Da hat Jay gehockt. Das fand ich gemein. Ich hock jetzt auch eine Runde. Ich muss halt mein Leben wieder belegen. Nee, ich glaube, man kommt gar nicht hoch. Man kommt nicht hoch. Naja, das kenne ich, das ist ein Problem. Ah, scheiße! Warst du schon angehittet? Ja, ich glaube schon, aber... Okay, wenn du... Also wenn du... Wenn du so ne Brüste... Also hier so ne... So ne Brüste... Wie heißt das? Valkong, dann stirbst du. Das ist doch kacke, die Map, wenn ich ne Shotgun hab, alter! Scheiße, Karotti! Wie... Wie groß ist das denn da schon mehr? Oh Gott, dann eigentlich. Oh shit! Das war... Das war... Das war noch nicht so ganz durch. Ne, ich auch noch nicht. Also die ist schon größer. Das war mit den Spawnpunkten am Anfang einfach nur Fail irgendwie. Die ist schon größer. Seid mir so. Der scheint irgendwie nur so einen zweiten Bereich zu geben. Auf der anderen Seite. Ja, du kannst auch in so ne größere Halle rein, ne? Alter, wie lange wir umeinander herum getampelt sind. Hä? Wie lange? Ich hab... Hä? Ich hab am Anfang auch auf dich geschossen. Ja, am Anfang auf mich geschossen. Ich hab dich geschossen und dann bist du wieder gekommen. Irgendwann. Aber ich war nicht ver... Also dann hast du irgendwie einen anders angeballert. Ja, oder nicht getroffen, eher. Alter, wie riesig ist diese Map, bitte? Oh Gott, ey! Okay. Dass ich mal einen gefunden hab. Ach komm! Exakt mit der Scholli jetzt. Hahaha, das hab ich auch gehört. Erlaub, ich fühl mich noch lange über die Map, Alter. Nur um Daten weggesnickt zu werden. Oh Gott! Alter, da war ich aber ganz schnell down. Oh, ja. Oh! Von hinten. Fuck! Komm mal da. Noch einer, oder? Fuck! Als wenn da drei Leute sind, oder was? Ich bin da gerade am rumlaufen! Ach, Peter. Jetzt fahr' ich doch wieder auf der anderen Seite. Ja. Wo ist der hin? Der mich angeschossen hat! Ach, komm! Ja, moin! Hab' den eh angeschossen. Nee, du warst ja auch nicht der, den ich gesucht hab. Komm schon! Da hat man sich nicht halten. Das ist ein bisschen strange. Ich hab gedacht, du bist oben. Ich hab gedacht, du bist oben. Oh mein Gott! Ich hab's nicht halten. Aber super lange, oder was? Ach komm! Ey, nur nicht voll, glaub ich. Moin Jay! Hallo! Wir werden den da oben mal rausholen. Na! Als ob der abgesnackt wurde. Schade! Hab den dreimal getroffen? Was heißt da? Abgesnackt? Hä? So, Bram haben wir. Ja! Bram wurde abgesnackt. Den hab ich mit dem Magnum getroffen. Ja. Der wurde abgesnackt. Wer hat hier... Hat hier auch einer auf dem Raketer von mich geschossen? Oh, was? Was gibt's denn auch ne? Na, Alter! Wie schlecht schieß ich denn? Alter, dreht sich Christian. Das geht mir halt einfach vor. Ich hab da eigentlich, aber... Peter, das Problem ist, ich hab da mit Jonathan gerechnet. Der ist zwei Mal eingesessen. Meine Presse! Wo ist denn Jay hin? Jetzt hab ich den endlich geschafft! Jay, war doch hier. Mann, hat er sich versteckt? Ich hab auch noch... Heilt man sich jetzt oder hält man sich nicht? Weiß ich nicht. Ja, die Blutspritzer bleiben halt noch ein bisschen da. Ich hab nie so lange gelebt, als würde ich mich halten können. Oh, Jay sitzt oben im Haus. Fuck. Nein! Ja, da saß er, die Sau. Nein! Na, Mann ey, Peter! Das hab ich gehört! Ich hab ne alte Schusswaffe! Aaaaah! Sie ist auch schon eingeschossen! Von außen! Peter hat richtig hab nie abgesnackt! Das ist vorne, eben auf der anderen Seite! Der merkt, da wollte ich die Hexen nennen! Warte hab ich den hier für ne Waffe! Ach komm, ja moine, gib der mir mit dem Raketenwerfer. Hab ich grad noch den Assist bekommen. Ja! Da hab ich dich gehört. Stark. Nein! Oh, den auch. Das war mal ein Lucky Shot. Ja, ich weiß, aber ich hab nicht hochgehockt. Oh Mann ey, da hat der Hocktay dahinten. Ich komm, ich hab gerade gespottet, laber doch nicht einfach mit deinem Scheiß hockt die ganze Zeit. Du hockst doch nicht. Ja, du hast da oben auch jetzt rumgehockt und verkackt. Also gefühlt ist die mir zu groß. Lol. Erstmal Christian Krieger schenkt. Er ist zu schlauchig, würde ich sagen. Oh Gott. Was? Okay, haben wir. Was? Das hat sich aber abgesnackt. Nein, hab ich nicht abgesnackt. Ich hab gehockt, ja. Abgehockt. Was? Ja. Ja, ich hab den Raketenwerfer. Ich musste mir eine gute Position suchen. Die Position war definitiv gut. Oh nein. Ah, wirklich, ne? Überbelastend. Scheiße, ich höre überall Steps. Ah, da ist er! Oh nein, unten da! Oh Mann! Scheiße. Scheiße, ich dachte du wärst oben die Treppe hochgegangen. Oh Gott! Ich bin jetzt immer noch da oben in der anderen Seite. Oh! Ich glaub Christian ist unten gewesen. Überall exportiert alles! Ah, da! Und dann spornst du wieder ganz hinten. Ich höre dich trapsen! Wo bist'n du? Kommst du bei mich bei, hörst mich trapsen! Alter, hast du an der Tür gewartet? Kurz nachladen. Ich bin runtergesprungen vor Schreck. Komm schon. Ich kann gar nicht kommen. Da ist nämlich Christian auch noch. Okay, jetzt ist er noch nicht mehr. Jetzt ist alles gut, Peter. Ja, kommst du dann jetzt? Ja, ich bin am Weg. Wo bist du so? Treffer runtergerannt. Oh nein! Du lebst doch noch! Wo bist du? Du Sau, Alter! Nicht von der Seite, Mann! Guck mal, hab ich noch kurz Jay mitgenommen. Dann werde ich wegrennen. Der hat mich tatsächlich geholt. Mann, Peter, jetzt! Feede den doch nicht! Ach komm, deine Mutter feede dich, wenn du doch ganz jung bist. Wow. Ist das nicht normal? Ja, ist auch normal. Da wurde ich mal gesagt. Du musst doch immer noch hier irgendwo sein, oder? Ah, jetzt hat es ja bei euch gemacht. Ach so, ne. Hast du mich immer noch gesucht? Ja! Ich dachte, nicht immer, lieber Sebastian Lenzen. Ja, doch, hätte ich immer noch. Dich immer. Schön, so ein Peter-Snack. Kurz gucken. Ich dachte gerade, Alter, hat mich einer durch die Wand abgeschossen, oder was? Ne. Hat der von oben gekommen? Ich stand oben, ja, genau. Ja, ist ob. Ach komm, ey, diese Schocker, ey. Ich verliere hier das Spiel wegen der Huren-Sniper. Oh Gott, ich hab den Scheiß-Schocker. Nein, auf die Schocker, Christian. War er da nicht gerade? Wow. Haa. Miest. Hab ich zumindest nicht gehockt. Was seid ihr denn alle? Das ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Es ist mir egal, es ist trotzdem... Ah Gott, hat's denn sterben? Alter, damit darf ich mich erschrocken, Junge. Oh, ich raste aus. Oh, Sniper, mal. Ja, sicher hat der das easy gemacht. Oh, One-Shot und Ramm. Hab mich da einfach vorgestellt. Die letzte Waffe geht aufs Gunzone. Oh, Alter, ist der jetzt schon bei der letzten. Man. Ja, dann geh ich hier wieder weg. Eröffne ich scheiße jetzt. Alter, ist da. Der ist oben, der ist oben im Haus. Im Haus oben ist er. Ja, so schlimm. In welchem Haus? In einem der beiden Häuser, die mit den Meerfenstern. Dat fährt mit den Meerfenstern. Aber der ist mittlerweile schon wieder weg. Der ist schnell. Oh, Branden. Oh, shit. Na, endlich. Shit, 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 shit. Nein! Nein! Er ist wieder bei der Zeit. Ich hab ihn gemessert. Ich hab ihn gemessert. Mann! Ich hab ihn auch versucht zu messern. Wir haben richtig nubig gemessert. Nein! Jetzt trifft er. Ach, kommt Jay. Ja! Das läuft jetzt hier gerade nicht bei mir. Läuft nicht nur nicht bei dir. Ich treffe Jay einfach nicht. Nein! 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 Da war der Sieg! Doch, krass! Ja, bin ich gedooged. Christian gewinnt. Ah! Ja, das ist dieser Scheiß. Nein, falls der war mega. Ah! Ja! Ja, nice. Nicees Ding. DZ, Christian. Krass schwach, Peter. Das ist knapp gewesen. Zweite Runde. Neue Runde, neues Glück. Zweite Runde. Ich sprore direkt wieder neben einem bestimmt hier. Du hast direkt geguckt, ob er nicht sein könnte. Es gibt nicht viele Richtungen, in die ich gucken konnte. Schalte mit jeder Waffe Finder aus, um zu gewinnen. Der Kamm ist wieder in seinem Haus. Oh Gott! Ich bin da gesporen! Alter Peter, das war der Trick 5000. Ich bin aus der Map rausgegangen. Hab mich voll erschrocken. Nice. Gott. Ich bin über so eine Mauer geklettert. Ich glaube, sie geht hier so. Ach, komm ey! Was hab ich denn für Kartoffeln aim'n gerade? Holy Shit! Dude! Dude! Oh! Ne, das ist zu weit weg! Ich weiß nicht, wer das war. Aber... Scheiße! Ne, macht halt mir nicht. Oh, was war das? Was?! War auch gut? Peter? Nächsten. Oh! Jay ist runtergesprungen? Okay. Oh! Let's go! Ach komm! Die hab ich doch fast gehabt, ey! Ja, aber hast mich nicht gehabt. Weil ich so eine gekackte Waffe hab. Ist das schlechte Waffe? Oh! Alter! Ich hab nie ne Ahnung, auf welchen Teil der mit ich bin! Ach komm, ey! Bram, jetzt leck mir doch die Koronnes! Mit dir? Oh! 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 Das ist doch nicht schlimm! Ah! Keiner! Ah! Ist nicht geil gewesen, wenn ich mich damit wegfasse. Was ist das mit der Waffe? Die verziert ja bis nach Meppen Süd, ey! Ah! Die Steif hat es im richtigen Moment bekommen! Aua! Bist du grad beschossen? Ich wurde beschossen! Oh Gott! Alter! Okay, dann kommen wir aber auch direkt von überall ins Schlüssel. Oh, wie schluss! Oh Gott! Alter, wie er pre-aimt hat, die Sau. Ja, ich muss ja noch ein bisschen... Ich hab mich auch nicht mehr da. Ah, komm ey! Das war laut. Schnell bewegen, mein ich. Musst du nicht. Als wenn man durch das Blech schießen kann. Okay, mach ich langsam. Langsam ist auf jeden Fall hier die smartere Option, wenn man's kann. Ah, fuck. Okay, der Tipp hat dich schlecht. Hast du mich gesehen? Ja klar, als du um die Ecke geschlichen bist, hab ich dich gesehen. Hallo! Ah, hab ich mich erschrocken, ey. Oh Gott! Ich dachte, der haut oben. Okay, wo war dat denn jetzt? Das war jetzt cooler Place. Ey, wollt ihr mich komplett verarschen? Ah, komm, ey! So, jetzt hab ich ihn! Jonathan! Geil! Da wirst du von hinten zweimal angeschrocken. Oh, was? 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 Was abgerechnet? Oh Mann! Wie viele alle abgesnackt haben? Ich dachte, da ging ich es nennen. Dann war ja 10 von 10. Das kann ja echt die Wahrheit, ey. hat er mit ihr noch gesnackt die messer ok ok ich hab die kräuter nice du und dass ich nicht schreiben wenn ich es vorne weiß ich nicht wo ich auf der map bin das ist echt kacke jetzt habe ich den shotgun das ist aber scheiße das war ja richtig belastend die garage erst gesehen ja da kann mich dann das macht doch nicht so was der spray alter ich glaube ich habe es einer auf dem vorraten gemacht ich wollte Ali g meine ich einfach so komplett umschrauben hast du auch den platz für meinen penis gelassen ja natürlich ehre geht raus oh Gott da ist oben in der Ruine wollte ich sagen und in der Sekunde sitzt er auf der Mauer ey ich nehme es auf ach guck der ist nicht an ey leck mich doch an der Füße ja der herpes ja hoffentlich irgendwann kommt soll ich Pilz ja dann kriege ich auch ja dann kriege ich auch ja dann kriege ich auch kein herpes an der Füße ja dann kriege ich auch ja dann kriege ich auch nein ich hab gerade auf Jay geschossen Christian tut mir leid letztes Mal lass ich dir einfach schießen ach er hat gar kein Leben mehr oh Gott war das knapp du hast mich ach das ist im mittel am Haus äh so was die Granaten gebe ich mal bei dir scheiße ja hab ich doch gemacht wo kommt der her wo kommt der her völlig falsche richtung was hat denn hier von weg ich hab mir auch schon so eine minimap auf dem ach komm also da ist da wenn du soweit daneben schießt naja das war in dein Gesicht meilen weit er hat auf mich geschossen schade da ist er nicht mehr als wenn ihr uns schon an den Skins auseinanderhalten könnt ja klar ich hab da schon echt auf die Spieler gar nicht auf den Usanflip geschossen ... ach man Jay ich muss das so lange nachher gehen du musst das so leicht nachher gehen du musst das so leicht nacheilen wie ist das irgendwie ist das neu du musst das als einer sein oder warum bist du das war nicht hinterher dieser raketenwerfer der macht mich richtig glücklich ich gehe jetzt einfach ja geht eh nicht mit der shotgun braben aber ich dachte vielleicht schießt hier auf ich habe da kurz gehockt dina muss man mit dem raketenwerfer eigentlich treffen gut fast und point das ist ganz scheiße ja fast du sag es ist nicht eine ecke ach komm kommt der f um die ecke und ein schießt mich weg er muss er hin mit dem shotgun mit einem explosions ding weg hier flucht ach ich hab dich schon wieder nicht getroffen nein 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 ich muss hier kurz hocken und zu leben regenerieren ja das war voll getroffen wo war das denn alter ich schießt jeden hier richtig heftig an ach komm und dann oh war ich nicht fertig oh ich hatte den shotgun das verlassen alter wie sie alle anschießen muss ich dich im kopf treffen das war es jetzt okay Ich hab das Gefühl, ich habe einen Großteil dazu beigetragen, dass Jonathan hier gewinnt. Also bin ich auch ein kleiner Gewinner, oder? Ich hab dir das Messer in deine Fresse geworfen. Ich beanspruche mindestens ein Viertel von deinem Titel. Nee. Ja, nice. Jonathan hat gewonnen. Wir haben mal wieder eine Folge Gun Game. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.